Christian Linder zeigt sein wahres Gesicht. Er tut ja sehr gerne liberal, aber er tut ihm nicht das, was er sagt. Der nächste Hammer zum gläsernen Finanzbürger unter Generalverdacht ist auf dem Weg und es kann zukünftig Eigentum und Vermögen einfach beschlagnahmt werden, ohne richterlichen Beschluss. Es geht um das geplante Gesetz und zwar das VVBG und das Vermögenverschleierungsbekämpfungsgesetz. Schon mal interessanter Name und wir sehen uns heute mal an, was da drin steht und wir haben auch schon viele Fragen aus unserer Community bekommen. Hey, wie kann ich mich dagegen schützen und was bedeutet das jetzt eigentlich und das sehen wir uns im heutigen Video an. Also, unser Finanzminister, der liberale Sozialist Christian Lindner möchte ein Gesetz, das die Enteignung von Vermögensgegenständen über 100.000 Euro ohne Gerichtsbeschluss ermöglicht. Und das betrifft alle Vermögenswerte, auch Häuser, Autos, Firmenanteile und so weiter. Also, alle Bürger, die grundsätzlich ja auch nur ein bisschen mehr besitzen, sollen zukünftig verdächtig sein und dieser Besitz kann ohne richterlichen Beschluss einfach beschlagnahmt werden. Ein Novo und es hat ja einen Grund, warum das Beschlagnahmungen erst mit richterlichem Beschluss erfolgen sollen. Aber hey, der Ampel sagt, ach, das ist ja hinderlich, nervig, lass mal weg. Und ja, und der Lindner zeigt auch damit sein wahres Gesicht eben gegen Liberalität und für Kontrollstaat und Staatsgewalt. Mit liberalen Werten hat es nämlich nicht wirklich viel zu tun. Übrigens, genauso wie er vorher bei Corona gesprochen hat und wie man dann ja auch zeigt, wie er genauso diesen ganzen Schmarren hier mitmacht, eins nach dem anderen. Also, von dem her, eins muss man den Ampel-Politikern aber auch schon lassen. Sie sind konsequent und ziehen wirklich ein Ding nach dem anderen durch für die Massenkontrolle und Überwachung. Und das ist immer noch erster Anfang, ja, wenn die Menschen weiterhin zuschauen werden, wonach es aktuell leider wirklich aussieht. Also, was ist denn überhaupt jetzt passiert? Und zwar, wir sprechen über ein aktuelles Gesetzesvorhaben, das vom BMF im April 2024 vorgestellt wurde, somit noch nicht ratifiziert, wobei die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch sein dürfte, dass es durchgeht. Vielleicht können wir mit diesen Videos und auch wenn du es teilst und weiterleitest, einfach mit Bewusstsein schaffen, hey, was passiert da eigentlich im Hintergrund, was bedeuten solche Gesetze? Und das sehen wir uns heute nämlich ausführlich an. Ja, zunächst, das Ziel des Gesetzes ist Schutz des Wirtschafts- und Finanzsystems vor der Verschleierung und Einbringen von illegalen Vermögenswerten. Naja, das klingt doch erstmal gut und dann schauen wir uns doch mal an, was da drin steht. Also, Paragraf 2, wir haben das ja für dich gelesen, Begriffsbestimmungen, Vermögensgegenstand im Sinne dieses Gesetzes ist erstens, jeder Gegenstand, gleich ob körperlich oder nicht körperlich, beweglich oder unbeweglich, materiell oder immateriell, sowie zweitens jeder Rechtstitel und jede Urkunde, die das Eigentumsrecht oder sonstige Rechte an Gegenständen nach Nummer 1 verbriefen, dessen Wert 100.000 Euro übersteigt. So, jetzt wirst du die Frage stellen, okay, was ist denn damit konkret gemeint? Und ganz vereinfacht gesagt, auf gut Deutsch, alles. Einfach nur alles, was über diesen Wert drüber ist. Eine nähere Definition oder Aufzählung der konkreten Vermögensgegenstände, Sachen, Rechte und Urkunden, ist im Gesetzesentwurf nämlich nicht enthalten. Also, damit ist gemeint, also grundsätzlich so alles. So, und somit sind alle Vermögenswerte eben erfasst, die diesen Wert überschreiten, seien es Grundstücke, Fahrzeuge, auch Bankguthaben, Beteiligungen, Forderungen, Urkundrechte und so weiter. Und jetzt hier, das hat es schon in sich, das ist schon ein Knaller. Der Paragraf Nummer 7, vorläufige Sicherstellung von Vermögensgegenständen. Mit der Anordnung nach Paragraf 4 kann eine vorläufige Sicherstellung des Vermögensgegenstandes angeordnet werden, wenn die Ahnung mal begründet ist, dass der Vermögensgegenstand weiterhin verdächtig ist und dass der Vermögensgegenstand veräußert oder auf andere Weise dem Verfahren entzogen werden soll. Ja, also im Prinzip, wenn Sie so hinbiegen wollen, letztendlich immer, denn bedeutet frei übersetzt, Willkür wird möglich sein. Und vielleicht eben auch für diejenigen, die einfach so Kritiker sind von dem, was aktuell passiert, da wird ja immer mehr auch, sei es ja gegen vermeintliche Beleidigungen, und es wird überall gegen die Bevölkerung, die auch die aktuelle Politik kritisiert, vorgegangen. Vielleicht auch dann gegen diese Kritiker? Zumindest ermöglicht es die Möglichkeit und das ohne richterlichen Beschluss. Weitere Inhalte sind Einrichtung des Ermittlungszentrums Vermögensverschleierung. Und zwar eine spezialisierte Einheit, das heißt nochmal sozusagen wie so eine Behörde in der Behörde nochmal genau das, was wir brauchen. Bitte noch mehr Staat und zwar innerhalb dieser Einheit, innerhalb des Bundesamts zur Bekämpfung von Finanzkriminalität, das BBF. Dann strengere Kontrollen und Meldepflichten. Auch das brauchen wir. Bitte mehr Kontrolle, bitte mehr Meldepflichten. Die Unternehmen in Deutschland haben sie eh nichts anderes zu tun. Ja, und Finanzdienstleister und Unternehmen müssen hier mit strengeren Kontrollen umfassenden Prüfungen sowie Meldepflichten verdächtiger Transaktionen rechnen. Also im Prinzip genau das, was wir jetzt auch benötigen in dieser aktuellen Zeit in Deutschland und in der EU. Und genauso Erhöhung der Compliance-Kosten dürfen wir rechnen. Unternehmen, insbesondere im Finanzsektor, dürfen hier mit höheren Kosten rechnen. Denn erweiterte Überprüfungs- und Berichtsflechten, ja, auch genau das wunderbar, hervorragend her damit, weil ich glaube, die meisten Unternehmen langweilen sich wirklich im aktuellen Umfeld. Und was bedeutet das für den einzelnen deutschen Bürger in letzter Konsequenz? Denn ja, jeder Bürger mit einem Vermögen über 100.000 Euro könnte direkt von Staat hier beschlagnahmt und betroffen sein, unabhängig davon, ob eine strafrechtliche Handlung vorliegt oder nicht. Und deswegen einige Kritikpunkte am Gesetz, die uns allen klar sein sollten. Es gibt Stimmen, die das Gesetz bereits als unverhältnismäßig und auch als Eingriff in die Freiheitsrechte sehen, da eben Vermögenswerte ohne ausreichende Rechtsgrundlage unter Verdacht gestellt werden. Dann sind die 100.000 Euro willkürlich und eben auch ein potenzieller Eingriff auf den Rechtsstaat, als grundlegende Rechte, wie das Recht auf Eigentum gefährdet. Dann die Pauschalierung von allen und die auch die niedrige Schwelle der Verdachtsgrenzen können zu einer Massenüberwachung und Enteignung führen, ohne dass echte Kriminalität vorliegt, die jetzt aber gesetzlich legitimiert wurde. Dann es gibt keine klare rechtlich fundierte Definition, was überhaupt einen verdächtigen Vermögensgegenstand wirklich ausmacht. Dann es kann zu einer großen Verunsicherung unter Vermögenden führen, einer potenziellen Kapitalflucht ins Ausland. In Klammern, die es bereits gibt, die halt nur nicht öffentlich diskutiert wird. Also wenn du nach Lichtenstein und Co. schaust, oder auch mit Banken und Co. Kontakte, die werden förmlich geflutet. Tja, warum wohl? Ja, und könnte es doch solche Gesetze vielleicht noch mehr werden? Tja, wenn die Menschen einfach mal verstehen, was die Politik eigentlich dort wirklich macht und treibt. Dann Systemkritiker, die eben auf der anderen Seite sind und die das aktuelle System auch kritisieren, so wie ja auch dann beispielsweise von grünen Politikern schon mal gerne vorgegangen wird, wenn sie dann als Kriegstreiber oder als vielleicht nicht so ganz Helle bezeichnet werden, gehen sie dann schon inzwischen vor. Es hat vor mehreren Jahrzehnten, gab es das genauso, es hat Politiker nicht interessiert. Inzwischen gibt es auch bereits Geldstrafen für diejenigen, die das System kritisieren. Sieht man auch, auf welchem Weg das wir sind. Und zukünftig können Systemkritiker vielleicht ohne Gerichtsbeschluss drangsaliert werden? Hm. Ja, und könnte damit die Enteignung der deutschen Bevölkerung anhand des EU-Vermögensregisters, was ja schon auf dem Weg ist, vorbereitet werden, da hier doch letztendlich jeder Bürger unter Generalverdacht durch den Staat fällt. Und so wäre es vielleicht auch am Schluss möglich, dass es nur noch einen Freibetrag von 100.000 Euro gibt, der steuerfrei bleibt, beziehungsweise enteignungsfrei und dann eben nicht von einer Vermögensabgabe betroffen ist. Ja, es waren auch schon Fragen aus unserer Community, was ist jetzt die Lösung? Und wenn du weniger Freiheit und weniger Sicherheit möchtest, dann ganz einfach, dann mach einfach gar nichts. Und wenn du aber genauso andersrum mehr Freiheit und mehr Sicherheit haben möchtest, dann gibt es ein Zauberwort. Und das heißt Internationalisierung von deinem Leben und von deinem Geld. Das heißt, dass eben nicht alles vor Ort ist, zum Beispiel ein, zwei Konten nur zu haben, beispielsweise. Und die sind eben alle in Deutschland. Dort ist auch die Firma gemeldet. Du weißt, der Wohnsitz, dort sind alle Geldanlagen geparkt. So haben es die meisten. Und das hat nichts mit Internationalisierung zu tun, sondern pickt der überall, und jedes Land hat nämlich Vor- und Nachteile, die besten Sachen heraus. Das heißt, beim Thema Auslandskonten, auch möglicherweise beim Firmensitz, dort, wo du dich selber aufhältst, dort bei deinen Geldanlagen, weltweit streuen. Es gibt wundervolle Möglichkeiten, die wir in unserer Community am laufenden Band diskutieren und wo wir einen Schwerpunkt darauf haben. Aber man muss es natürlich sich damit beschäftigen, muss es anschauen und auch einfach mal das ein oder andere, was zu einem passt, dann auch wirklich umsetzen. Und wenn du dein Leben internationalisierst, ja, dann geht es voran. Und der größte Schutz, wenn du also ganz, ganz sicher gehen willst, und das ist das Thema Auswandern, das heißt, dir auch Optionen anzuschauen. Es gibt viele tolle Länder auf dieser Welt. Ja, ansonsten gibt es aber auch viele, viele weitere Möglichkeiten darüber hinaus. Schau dir dazu unsere Freitagstipp-Mail immer an. Da siehst du immer aufgeschlüsselt, zum Beispiel neue interessante Länder, neue Optionen, neue Themen, neue Live-Webinare und Live-Events. Schau es dir gerne an. Nicht verpassen, da siehst du auch jede Woche ja das neue Tipp-Video, so genauso wie heute hier. Und das solltest du nicht verpassen. Deswegen ist es so wichtig, dass du bei uns im E-Mail-Verteiler drin bist und auch wirklich reinschaust. Zumindest jeden Freitag nur zwei Minuten pro Woche für mehr finanzielle Freiheit. Und du klickst einfach rein in das Thema, das dich interessiert. Das ist ein brisantes Thema. Gerne weiterleiten und ich freue mich, wenn wir uns ansonsten nächste Woche wiedersehen, wie gewohnt bei Faszination Freiheit, seit über acht Jahren, jeden Freitag neu. Ja, bis dahin, herzlichst dein Thorsten Wittmann.